Morgen, hier bin ich Ströckler, mein Name Tobas, von dem November der 20. 2020. So, klag saß. So, morgens, ich will mir hier was Fleischbrotten, gemoldet Rindfleisch. Ich will ein bisschen Taco Fleisch machen und dann will ich da Brotten zum Frühstück machen. Das ist einfach, schmeckt schön und es ist gut, sehr dir. Dankeschön. Hier haben wir aber ein Kilo gemoldet Rindfleisch, hier haben wir ein Jalapeño, hier haben wir 2 Teens Garlic, Chesnick, Achel, 2 Zippeln, eine rote Pepershund, Pimenton, Bell pepper. Hier haben wir Saltenpeper, so einfach erst dort. Und wenn die wählen andere Zaltbrotten, dann nehmt andere Zalt. Einst die gleichen Taco Speis und von der Welt müsst ihr das ganz einfach merken. Dankeschön. Okay, das erste was wir tunen, ist nun haben wir diesen Dieskel hier heute. Da wir hier vielleicht von ein, vier und halben, 1 Lappel schmalten werden. Und dann da wir Olive Oil. Und da wir die Zitlin, die Peste abrotten. Und dann in etwa eine Minute oder so, da wir die Papershundern, die Chesnick, die Garlic, zum Beispiel. Okay, das ist dann die Zitlin, die Peste abrotten. Und dann die Papershundern, die Chesnick, die Garlic, zum Beispiel. Dann gehen wir nacheinander. Da müssen wir einmal eine Minute oder zwei, drei Brotten bieten. Und dann werden die Fleischchen hier nehmt und Saltenpeper. Läht von der Fleck, das halte Koffel Butter, dann. Und dann die auf das Fleisch zu leisten. Wir können durchrühren. Jetzt fangen wir an den Brot und dann darf ich mit dem Stück von den Pfeffer schauen. Aber wenn man mit dem Pfeffer macht, dann fehlt es für den Blumen. Wenn man am besten sollt, dann ist es grobe Zalt. Ich glaube grobe Zalt. Das ist viel besser. Das schmeckt besser. Jetzt fangen wir an den Zag an den Brot. Wir setzen hier an den Brot. Jetzt werden wir das Faden aufschrauben. Das ist ein Lepel. Jetzt haben wir ein Frühstück mehr. Schauen wir mal, was wir brauchen zum Frühstück mehr. Hier haben wir eine Taco-Flecht. Das hat man gemerkt. Du hast 2 Eier, 2 Eier-Lepel Mehl. Du hast keuze. Die sind keuze. Mozzarella und Cheddar. Du hast 1 Eier-Sack mit Ketchup, Papier und Salt. So, rein einfach erst, jetzt werden wir es merken, anscheinend. Okay, dann werden wir es noch alle Dägen hier. Denn dies merken, wenn es früchtig. Hier haben wir zwei Äger, die werden es lieb erst geschlagen. Dann haben wir hier Ätscharten, die haben kein Wut anliegen, das habe ich viel gereben. Dann dürfen wir das Säure ütren, dass das Wut an der Bühne ist. Das ist dort. Das ist dort. Und dann wird das Mehl, die wir jetzt machen. Das ist dort. Und dann Sorken, Peper, das fehlt, dass die dann bleiben. Das ist dort. Und dann äußern wir noch Paprika mehr. Ich weiß nicht das Wort, aber die sagen, das schmeckt schön. So, Paprika, weil das Hangout war nicht, dann blockt das nicht. Und dann müssen wir den Praf, das ist dort. Und dann stimmte die Bühne an, wenn man so eine Fjärrvakt hat. Der ist dort. Dann kommt ihr rein. Und dann muss ich das Wut an der Tat. Und dann ist es wieder auf dem Häusern. Wut anbauen wir uns 60 Jahre später. Ich spiele sie jetzt an. Oh ja. Jetzt wird das Pane. Och das ist jetzt oben, dann wird es wieder warm. Dann haben wir die Pane, die da ist. ein bisschen brotten und klippet Butter nähen, für alle wegen, vielleicht nicht zu viel, da kann vielleicht ein bisschen zu viel, ich will das nicht, hau, Butter ich haben, was immer haben, ich habe das da ganz gut, schön schmutzig, dann nehmen wir das in Rätsticht und ja, klasst du da, wir haben das so fein platt, wir haben jetzt eine Pancake und wir haben das auch brotten, weil wir noch ein bisschen fein brönen, dann wollen wir euch wissen, was wir dann wieder tun, eigentlich wäre das Seier-Seier-Fan tun, wow, das ist perfekt, Dankeschön, und wenn wir hier backsläuern, dass der Härte Dollar Bellen bleibt, dann back das von oben auch, Ok, da werden wir ihn nun mal drehen, jetzt ist das, wow, kiekt mal das, jetzt fangt er an Schmackbrünn, die andere sieht auch noch, und dann wird die Wiesen wieder, dann schön, und weißt du auch was, wann die das an drehen, und wir haben die Tornart in der Weise, das anschlagst, ist das, ich weiß, ich hab das mal auf die Flüge abgekriegt, und dann ist das, was, kiekt mal das, schaffst du so kracht, und dann eine Slai, die du so her nehmt, und dann ist das sehr important, dass du das eigentliche Bogen holst, dass du dann lefst die Hatterbärm, und dann die Echocken und alles sehr verbaken, so wie es ein Messerrott um das Ewege zu nehmt, danke schön. Nun kiekt mal das, nun haben wir das am Badsieden so fangbrühen, dann, was wir dann tun, ist, dann nehmen wir das Fleisch, und dann wird hier die Stütze nähren, auf eine Hauf, was ich dann habe, in vollem Frühstück, weil die haben die Regen, von dir ab jetzt zu schaufen, das muss ich ein Ding sein. Und hier, was ängste nach tun, ist, dann noch Ketchup nehmen, da ist ein dieser Hauf, hier wird sie bestritzen, und dann wird bepenseln, und dann, wo wir das nicht legen, Ketchup, das ist fang, und dann, was wir dann noch wollen, ist, Chois, oh ja, wirklich nicht Chois, die kann so ein Chois als die dann wählen, und auch, ich lege hier noch mit der Ewe Zippeln mal, und dann, was wir dann tun, ist, dann drehen wir den Ewe, und jetzt ist ein Tag, weil es dann, so haben wir jetzt ein Ewe, und dann, da haben wir den Ewe, und dann, da haben wir den Ewe, und dann, da haben wir den Ewe, und dann, da haben wir den, und dann, wo wir den, an jeder Zeit, ein paar Minuten, zu acht backen, weil das Schaises, aller Schmack, verschmelten ist, verschmelten ist, und dann, da werden wir, früchte gehen, wo wir die Echacken, Eier, Fleisch, mit Grünz, und dann, äh, und dann, äh, braucht ihr nicht nur zwei Wackel, und nicht nur zu essen, das ist das, ganz schön, Nu habt ihr nur, steckt zwei Minuten, gebackt, wo es das ist, den, den, und dann, und dann, wo die, dann, wo die, und dann, 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 wo die, und dann, da hast du nichts Fein verschlägt, und da wörst du einfach weg für! Freistöck! Danke! Das kommt mir vor, noch, nach der, wo wir gerade Freistöck haben, und von der, wir haben es schlafen, und, äh, hier so, was wir hier haben, hier habe ich Geschwinsröben, da haben noch, Fleisch, und so wieder, wir haben und mal, das habt ihr gekriegt, diese kommen von, New Zealand, dort von dich, ich bin von Australien, und, äh, da war von der Eurekern, und die werden wir dann brücken zum Zubkirchen, wo immer einer geregerte Knirkes machen soll, das kleine Schobelsupp oder Sommerbarsch und vielleicht auch mehr Suppe oder wo immer, einer geregerte Knirkes machen soll diese Reben zu bringen. So das wird von der Welt Reben regnen, wo ich dort nur erwiesen. Dankeschön. Ich glaube, das ist ein Frühstück. Oh ja! Wir werden hier die Stütze starten. Ich möchte hier ein bisschen ein bisschen rutschneiden. Ich möchte das mal erwiesen. Oh ja! Kais und Fleisch und Etchocken und Ähren und alles. Nun werden wir das essen. Dankeschön. Okay, das werden wir auch mal schmecken. Oh, oh, oh! Das hat man sehr gefreut. Dass ich immer sage, werden wir dankbar sind. Wir haben das Geld und wir haben uns alle Tage. Und nun werden wir das mal schmecken. Das ist ein volles Frühstück. Ja, hm! Das freut mich, dass ich das gemerkt habe. Super sehr! Peppa schaut nicht alles, was du so fern mag. Hm, hm! Ich schaue alles so fern. Wow! Ich guck, ich probiere das auch. Und ich sehe das noch mal. Oder weil ich Tacofleisch habe und das immer geholen habe. Ich würde das nicht wahr schmieden. Oder weil ich nicht weiß, was mehr da zu tun. Merkst du es dir? Hm! Oh, oh, oh! Das schmeckt dann! Ich schaue alles. Hm! Äh, das ist ein volles Malteam. Und ich würde das mal schmieden. Nicht sehr voll schaufen. Hm! Hm, hm, hm! Hm, hm, hm! Dankeschön! Oh! Wow! Merkst du das auch! Das wird das wir jetzt sagen. Dankeschön! Vielen Dank.